Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, wir haben es tatsächlich gefunden. Hier sind dann diese Höhlen, die ich gemeint habe. Hier ist schon ein Abgang, da sieht man von innen schön das Licht reinscheinen. Und wir gehen jetzt außen herum und kommen dann bei dieser Höhle sozusagen auf der oberen Seite herein. Ich müsste jetzt die Taschenlampe rausholen, weil es ja hier überall kommt dann das Licht auch schön rein. Ich kann mich gut erinnern von damals. So, genau jetzt läutet das Handy. Ja, also hier beeindruckende Steine, hier überall kann man schon hineinschauen. Gut. Ende.